Der Rentenmarkt ist in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich in Bewegung geraten. Wie hat sich das auf Unternehmensanleihen im Allgemeinen und auf den Ovid Infrastructure High Yield Income Fonds im Besonderen ausgewirkt? Und das wollen wir besprechen mit Rainer Fritsche. Er ist Mitglied im Investmentkomitee dieses Fonds. Herr Fritsche, Sie haben natürlich und naturgemäß in Erste die Infrastrukturanleihen im Blick. Wie haben sich diese verhalten zuletzt? Der Anstieg der Renditen war vor allen Dingen im europäischen Staatsanleihenmarkt spürbar. Wir haben die Bundesanleihen seit Anfang des Jahres bis zu 0,98% Rendite hochgehen sehen. Wir haben sie dann wieder runtergehen sehen bis ungefähr 0,7% und in jüngster Zeit bis 0,88%. Der Markt in den USA hat sich diesem nicht angeschlossen. Er war relativ stabil. Vor allen Dingen, wenn wir dann in unseren Bereich gehen, im Bereich der Unternehmensanleihen, gab es eher dort Risikospreads, Verengung, also im positiven Sinne zu sehen. Und der einzige Bereich, der geschwächelt hat, war der Energiebereich. Was wir sehen konnten seit Anfang Juni war eine globale Korrektur im High Yield, im Unternehmensanleihenbereich, die wir verwendet haben, um sehr gute Einstiegssituationen zu sehen und zu finden. Und Sie haben ihn angesprochen, wenn wir den Ovid Infrastructure High Yield Income Fonds nehmen, dann liegen wir seit Anfang des Jahres bei einer Volatilität von um die 2%. Und im Vergleich dazu, europäische High Yields haben über 4% an Volatilität gehabt und auch deutsche Staatsanleihen liegen bei über 3,6% Volatilität. Wir sind damit sehr zufrieden, weil es ist ein stabiles Investmentprodukt, das, was wir haben wollen. Sie haben eine ganz klare Strategie formuliert zum Start des Fonds und das heißt halbjährliche Ausschüttungen. Das erste halbe Jahr 2015 ist nun vorbei. Hand aufs Herz, konnten Sie liefern? Jetzt kann ich Ihre Frage nur einfach beantworten mit Ja und aufhören, aber nein, es gibt noch ein paar Zusatzinformationen. Ja, wir haben geliefert, wir haben die erste Ausschüttung vorgenommen am 22. Mai, das war Ex-Tag. Wir haben in der R-Klasse 1,73% ausgeschüttet, in der I-Klasse 2,13%. Das Ziel ist ja bei zweimaligen Ausschüttungen im Jahr insgesamt im Kalenderjahr zwischen 4 bis 5% auszuschütten. Was zu erwähnen ist, dass diese erste Ausschüttung durchschnitt auf einem Investitionsgrad von 75% nur beruht, da wir ja seit Oktober des Jahres, wo wir gestartet sind, erst langsam und dezent das Portfolio aufgebaut haben und heute wir einen Investitionsgrad von 96% haben. Wir sind schon so schön bei den Zahlen dabei. Haben Sie vielleicht noch ein paar mehr Informationen für uns? Wie sieht das Portfolio aktuell in Zahlen und Statistiken aus? Ja, das Portfolio ist auf 46 Anleihen verteilt. Die Emittenten kommen aus 19 unterschiedlichen Ländern. Wir haben eine Portfolio-Rendite, die auf die nächsten zwölf Monate bei 6,25% liegt. Und wir haben ein gewachsenes Volumen, was bei über 10 Millionen liegt und damit sind wir sehr zufrieden. Zum Schluss vielleicht noch die Frage für unsere Zuschauer auch, wie sieht es mit Neuerwerbungen aus? Wie sind Sie in den vergangenen Monaten eingestiegen in neue Werte? Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele für uns? Ja, wir haben auf der einen Seite Positionen erhöht in den letzten Monaten und Wochen durch die uns zufließenden Mittel. Und zwei Neuerwerbungen, die wir getätigt haben, ist zum einen die Wiener Berger AG, ein österreichischer Wert aus dem Bau- und Baustoffhandel, der einen Nominalkoupon von 6,5% hat bei einer Laufzeit bis 2021. Ein aus Risiko-Return-Aspekten sehr, sehr interessanter Wert für uns. Und der zweite Wert, den ich erwähnen möchte, ist die Altice SA, ein französischer Wert, ein Tochterunternehmen von Global Liberty, einem Kabelnetzbetreiber, der in über 14 Ländern dieser Welt unterwegs ist. Und diese haben einen Nominalkoupon, der bei 6,25% PA liegt und eine Laufzeit von 2025. Und beide erfüllen für uns die Komponenten, die wir an Anleihen stellen, weil wir davon ausgehen, dass wir weiterhin eine rege Bautätigkeit in Österreich haben werden. Und auch die französischen Kunden werden ihre Kabelnetzgebühren gleichmäßig und regelmäßig weiterzahlen. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich, Herr Fritsche, für diese Information. Das waren Details zum Ovid Infrastructure. Rainer Fritsche, Mitglied des Investmentkomitees, viel Erfolg weiterhin und immer die richtigen Entscheidungen. Dankeschön. Vielen Dank.